Willkommen bei der CorelDRAW Graphics Suite X7. Ob Sie nun Grafiken erstellen, Layouten, Fotos bearbeiten oder Webseiten entwerfen, wir haben die Benutzeroberfläche speziell für Sie erneuert. Wir haben neue Arbeitsbereiche entwickelt, die dem natürlichen Arbeitsablauf entsprechen, damit sich alle Funktionen und Werkzeuge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden. Profitieren Sie von fortgeschrittenen Steuerelementen für Texte und Grafiken, nahtloser Nutzung von Desktop und mobilen Geräten und einem einfacheren Austausch von Inhalten über die Cloud. Weitere Informationen und Hilfe beim Einstieg in die Suite finden Sie auf dem Willkommensbildschirm. CorelDRAW Graphics Suite X7. Gestalten Sie auf Ihre Weise.